...Buche. Wow. Dass wir das mal schaffen, ey. Mit diesem Team. Ich bin stolz auf uns. Okay, direkt weiter. Such mir einen Gegner. Wo sind die Gegners? Was ist mit mir, Taki? Herrlich. Ich nehm die sonst. Hast du noch andere? Und dann wechseln wir gleich wieder den CR7 ein. 100 Chemie. Krass. Das ist ein guter. Gute Spieler hat er. Auch sein Sturm. Hashtag Pornös. Okay, warten wir ab, Leute. Das Spiel steht an. Und er hat Anstoß. Ich stelle erst mal wieder auf Defensiv. Damit bin ich eben echt gut gefahren. Ah. Oh Gott. TORWART! Blind. Ja, blind bist du. Rage quit. Nein. Oh Gott. Okay. Jetzt haben wir was zu tun, Leute. Oh. Nein. Was denn? Achso, für mich. Der ist ja nur am Foul, ne, Boy. Ach, kacke. Komm. Alter. Boah, der spielt gut. Der spielt verdammt gut, ey. Der ist viel besser als ich. Ich glaube, das wird richtig schwer. Laufen. 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 Nein. War der Torwart dran? Ich glaube nicht, ne? Ne. Ach, Gott. Was denn jetzt? Abseits? Okay. Boah, auf dieses Spiel komme ich ja mir noch nicht so klar. Der spielt doch überhaupt, ne, ja. Oh. Ey, wie der dribbeln kann. Das ist voll der Pro-Gamer. Ey. Es gibt doch gleich ein Elfmeter hier. Weg damit. Weg damit. CR7. CR7, zeig doch mal deine Skills, du. Nu, nu, bäh. Ja, ein Christiano ist halt auch nur so gut wie der Spieler, der ihn lenkt, ne? Okay, okay. Und die Flanke kommt nicht. Elf Klu. Ha! Boah! Beigespielt. Nicht. Okay. Gelbe Karte für Kovacic. Er spielt da unten hin. Ja, okay. Ach, der hat ja Messi. Wieso sagt mir das denn keiner? Und der kann mit Messi auch noch spielen. Ha! Sauber. Richtig gute Leistung. Schöner Pass, oder? Ey, was ist das denn? Ey, will das Spiel mich verarschen? Wie kann das kein Foul gewesen sein? Pfff. Okay, locker durch die Hose atmen, Grants. Also, allein diese ganzen Tricks, die der kann, ne? Like a pro, ehrlich. Richtig gut. Pfff. Was jetzt? Ja, geregt da auch mal ne Karte. Schön. Okay, komm. Jetzt machst du wie vorhin. Komm schon, Grants. Oh! Shit. Warte mal, der spielt bestimmt wieder hierhin ungefähr. Ah, fuck. Gut vorausgeahnt, seine Ecke, aber... Oben! Komm. Nein! Bisschen zu weit. Aber hab ich den nicht schön gesehen? So, pass auf. In die Mitte. Ja! Was? Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Das kann nicht sein Ernst sein. Kann aber wirklich nicht mein Ernst sein. Okay, nach oben. Weiter laufen. Laufen! Ah, komm! Ah, shit! Also, wir schlagen uns jetzt die letzten Minuten nicht schlecht. Muss man ja mal sagen, oder? Oh, Gott! Yes! Vom Ball getrennt. Easy peasy. Nichts gewesen. Und nach vorn. Komm! Lauf hin! Lauf hin! Der Kackvogel, ey! Ah, Gott! Aber da ist noch alles drin. Ist noch alles drin, Leute! Wir spielen gerade richtig gut. Gefällt mir echt gut, was wir hier machen. Naja, das nicht. Aber sonst so, was wir eben die ganze Zeit gemacht haben. Okay. Boah! Weg damit erstmal. Könnten wir noch kriegen? Ne. Schön. Nichts da. Boah, was? Ich wollte schon sagen, ey. Nichts da. Fair vom Ball getrennt. Komm. Lauf hin! Lauf hin! Nein, wieso rennt der denn nicht weiter? Nein! Oh Gott! Der wirft nach oben. Der wirft nach oben. Nein! Unten. Weg damit. Jetzt kommen wir wieder. Oh Gott! Schlecht. Mann! Lauf hin! Lauf hin! Lauf hin! Lauf hin! Oh Gott! Komm, so ein One on One wieder. Ich mach's schon wieder nicht. Ich bin so schlecht. Aber noch eine Ecke. Okay, Leute. Ich werd wieder ein bisschen weiter nach hinten. In der Hoffnung. Ja! Ja! Cristiano war's, oder? Ausgleich zur Halbzeit. Ausgleich zur Halbzeit, Leute. Da kommt der Ball. Kopfball. Und der hat genau gepasst. Der hat genau gepasst. Halbzeit. Halbzeit! Oh Gott, meine Stimme. Sie verlässt mich. Ist das krass. Ist das krass, ey. Drei Schüsse aufs Tor haben wir. Es nimmt sich nichts eigentlich, ne? Alter. Okay, komm, weiter. Direkt weiter. Und direkt jetzt mit Ronaldo abgehen. Ronaldo. Ronaldo. Boah! Der war gefährlicher, als ich dachte. Nicht schlecht. Und direkt eine Ecke. Komm schon, Leute. Ich versuch's so ähnlich zu machen wie grad. Ich versuch's ähnlich zu machen wie grad. Der Torwart kommt raus. Kacke. Was? Nein, nein, nein. Okay, er hat den Ball, aber... Bin mir noch nicht so sicher, was er machen will. Muss aufpassen, der eine hat schon gelb hier. Sehr gut. Sehr gut. Der Gelb-Spieler, ey. Okay, Angriff, Angriff, Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Jetzt laufen. Und die Flanke. Schlecht ist das nicht, was wir jetzt zusammenspielen, Leute. Dranbleiben, dranbleiben. Dranbleiben, kommt schon. Yes. Jetzt nach oben. Yes. Runter. Jetzt, komm. Komm, oh nein. Oh nein, den kriegt er noch. Den kriegt er noch. Und wenn er... Ach, schade, ey. Ich dachte, der holt wenigstens noch eine Ecke raus. Komm. Yes. Oh no, zu doll. Scheiße. Schlecht ist das nicht, Leute, was wir hier machen. Ah, fuck. Ich bin zufrieden mit unserer Leistung. Und die Flanke kommt. Und die Flanke kommt. Ja, aber nicht an, leider. Ja, nein, nein. Das ist nicht wahr. Oh, ich hab den drin gesehen. Oh, fuck. Ey, das wär so ungerechtfertigt. Aber es... Wäre typisch. Scheiße. Ich mein, gut, ich bin ja auch parteiisch. Ist ja mein... Ist ja mein Spiel. Aber, äh... Ich würd nicht sagen, dass das verdient war. Ja, bedingt. Okay, pass auf. Egal, ist noch alles drin. Ist noch alles drin. Weg damit. Geht sogar da noch recht weit durch. Hätte ich nicht gedacht. Ach, nein. Nein, ey. Der dribbelt schon wieder so gut. Torwart hat ihn. Okay. Okay. Nein. Nach Schuss, nach Schuss. Nein, das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es kann nicht sein. Was macht der Grants denn nur? Ey, ja, das meine ich aber auch. Sami Khedira, gelb-rot. Ne, nur gelb. Gelb-rot, doch. War ich doch richtig in Erinnerung. Oh, geil. Geil. Ich spiel zu ihm. Ah, fuck. Was war das denn für eine Flanke? Schlecht. So, und er muss seine Taktik jetzt umstellen. Habe ich noch jemanden, den ich hier M-mäßig reinbringen kann? N-Tab für Dingens. N-Tab hier rein, damit ich keine gelb-rote kriege. Nee, scheiß drauf. Scheiß drauf. Der Typ spielt richtig gut, der die gelbe hat. Puh. Nee, nee, ne? Wenn der reingegangen wäre, das wäre mein Verderb gewesen. Ah, Gott. Bleib doch dran jetzt. Okay, haben wir. Okay. Nein. Was? Ey, was? Das ist nicht wahr. Bei mir hätte das zwei Elfmeter gegeben gegen mich. Was soll die Scheiße? Es kann nicht angehen. Oh. Wie ist der denn noch angekommen? Wo? Mach den doch rein! Das ist nicht wahr! Was ist das? Was ist hier los? Komm schon. Wir spielen eigentlich so gut. Es kommt nur kein Tor. Ja, bringt auch nichts. Habt ihr recht. Nein. Und schwach. Da ist der Spieler, der wieder mit Geld vorbelastet ist. Der spielt echt richtig gut. Nein! Viel zu weit! Viel... Ja! Ja! Ich komme nicht klar auf mein Leben. Und er passt zu meinem Spieler und der zieht ab und der ist drin. Oh Gott. Was ist, wenn man hier unentschieden spielt? Leute, was ist, wenn man hier unentschieden spielt? Muss man gewinnen, ja, ne? Äh. Komm. Oben. Der könnte noch gut kommen. Oh! Scheiße, jetzt kommt der Konter. Jetzt kommt der Konter. Und der kann gut dribbeln halt, ne? Okay, laufen. Laufen. Der FC Bostelona. Jetzt will er es wissen. Scheiße, was passiert jetzt? Verlängerung bestimmt, ne? Alter, ich komme nicht mehr klar. Alter, Leute. Okay. Okay, ich habe am Anschluss habe ich immer Angst, weil der... Okay. Ah, okay. Nein. Okay. Okay. Oh, fuck it, ey. Der Gelbtyp, ne? Er spielt so ein gutes Spiel. Hä? Will er auswechseln? Okay. Yo. Oh! Ronaldo! Na, was denn schon wieder? Jetzt aber endlich mal der Elfmeter! Ja! Oh Gott, wenn ich den daneben mache, denn... Gott! Oh Gott! Endlich, ey. Den anderen haben sie mir nicht gegeben. Gegen Goro gestern daneben geschossen. Und schon wieder daneben. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr! Ein Geschenkengaul. Schau ich dir noch ins Maul. Das ist so schlecht! Ich will halt nicht 3 Elfmeter gewinnen, ne? So wie gegen Goro. So. Okay, okay. Und jetzt aus der Entfernung. Juhu! Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Ding ist drin. Das Ding ist drin. Wir führen. Wer hätte das gedacht nach dem einzelnen Rückstand, ey? Dass wir noch mal in Führung gehen. Das Spiel ist aber noch nicht vorbei, Leute. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Oh nein, nein! Hau ihn um! Scheiße! Oh fuck! Okay. Fuck, ey! Was ist da schon wieder? Kann doch nicht dein Ernst sein! Nicht jetzt den Konter kriegen, Alter! Ich will den nach unten spielen. Äh, wenn das ins Elfmeterschießen geht. Alter, fuck you all! Ist das ein spannendes Spiel, ey! Okay, komm. Oh, der... Ey! Was soll das denn? Wieso... Wieso darf der immer meine Leute umtreten? Falsche Sportart, Schiri! Okay. Was? Elfmeter! Schön wär's. Leider noch zwei Meter gehabt. Was ist los? Versteh ich nicht. Was ist los? Achso, warum? Okay. Ja. Okay, bis später. Viel Spaß. Ja, ja. Komm, Rodriguez. Tu es! Nein! Nein! Oh Gott, 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 Gott... Nein! Nein! Ecke! Alter, fuck. Okay. Nein! Tja, geh nicht hin. Na sicher nicht. Nein, ey. Ja, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir Guck mal, wer geht denn da oben? Ah, shit, da ist ein Gegner Oh Ah, nein, nein Das ist nicht wahr Nein, richtig schlecht 118. Leute So, letzter Angriff von uns, wollte ich gerade sagen Wenn das kein Absatz war, dann haben wir ein Problem Pfeif ab, Junge Yes Letzter Angriff Oh Yo, yo, yo Komm Das ist nicht wahr 11 Meter Oh fuck, Mann Oh fuck, Mann Das ist das krasseste Spiel Das ist das krasseste Spiel, was ich je gemacht habe Aguero, diesmal, komm Komm Es ist nicht wahr Wie viel Pech kann ein einzelner Mensch denn haben? Komm Zieh ab Schieß doch einfach aufs Tor Was ist das für ein Match? Was ist das für ein Match? Ich bin so schlecht in Elfmeter Ja 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 Endlich Endlich Oh komm schon Es war nur der erste Junge Ah, schießt in die Ecke Oh Gott, der ist nicht gut Der reicht Der reicht Der reicht Der reicht Der reicht Warum sprichst du nicht? Ich habe doch nach links gedrückt Nach rechts meine ich Rodriguez Nein Nein Jetzt ist es wieder gleich Jetzt ist es wieder gleich Lionel Messi Scheiße Ich muss jetzt reinmachen Ich muss reinmachen Der gelbe Spieler Yes Auf ihn ist Verlass Komm schon, bitte Wenn ich den jetzt halte Nein Jetzt muss der reingehen Geilstes Spiel, was ich bisher hatte In FIFA 16 Auch wenn wir verloren haben Das geilste Spiel, was wir bisher In FIFA 16 hatten Krass Ah, fuck it Krasses Spiel Krasses Spiel Schade, dass man nichts sagen kann Da hätte ich gerne nochmal GG gesagt Oder so Weil das war echt Wow In dem Spiel war alles Wir hatten es oft Auf dem Fuß Wir hatten vor allem Diese 2 Elfmeter Die wir nicht Reingeballert haben Schade Schade Schönes Spiel 700 Münzen Und Bosta Bekommt jetzt immerhin Eine Belohnung Alter Schade Aber immerhin ein Sieg Ein Gold Set Ein Silberspieler Set Und ein Premium Gold Set Die machen wir natürlich noch auf Sei wet Sei wet Okay Das kann weg Das kann weg Anderen Sachen in den Verein So komm Gönn uns jetzt mal was Junge Gomez Okay Und ein Inform Hä Wieso wurde der Inform denn nicht angezeigt Zweiter Inform Mal wieder irgendwie so ein Den kein Mensch braucht Portugiesische Liga ZM Herrlich Und Louis Holtby Cool Ganz ehrlich Weißt du Wer hat der Gomez so angezeigt Auf einmal ist hier ein Inform Wo ist Axel Axel Do your job Aber Axel Ist Axel gegangen Ich weiß das gerade gar nicht Glaub nicht Reibscore unter die Nase Jetzt Axel ist AFK Shit Meine Screenshot Macherin vom Dienst Das sagt ja auch was Über den Inform Spieler Wenn der andere Vorher gezeigt wird Da hat Flash recht Oh Und noch ein Silber Spieler Set Aber ich glaube Die kloppe ich alle weg Serie Ich kenne nur Siri Ja ich denke mal Die kloppe ich alle weg Kranker Shit Zwei Inform Spieler Haben wir jetzt schon Oh man Was ist hier hinten los Achso die Sachen sind weggegangen Oder was Ah das Wappen Für 1000 Cool Der Rode 350 So Leute ich werde mal eben Für eine Sekunde Pause machen Was ist hier los Achso die ganzen Sachen sind abgelaufen Shit Volksparkstadion Gibt es das noch Oh hier Das könnte man sich mal gönnen So jetzt werde ich aber mal eben um die Ecke gehen Leute Ganz kurze Pause Ein zwei Minütchen Und ich bin gleich wieder da Wenn ihr Pipi machen gehen wollt Dann jetzt Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich